Willkommen zurück! Ich bin zurück und nur in der Zeit. Es ist eine Doppel der Wasser, die von diesem Kliff ausmacht. Und ich denke, es könnte sein Leben. Juck, ich werde es nicht bemerken. Der langlose Sein-Painter. Guss. Guss hört sich komisch an. So halb Deutsch, halb Englisch, egal. Aber das Coole an denen hier ist, die können wirklich einfach so nach unten. Was voll sexy, ich meinte natürlich, voll nützlich ist. Wenn wir einfach nur nach unten wollen. Es ging davor nicht so einfach. Ja, los, kommt, meine Freunde. Los. Wacht alle auf. Bitte. Die gehen alle ein bisschen in die Bitte darum. Warte ich hier am besten einfach nur. Wir haben hier ja keine Zeit-Challenge. Wir sind hier ja nur dafür da, um es überhaupt zu schaffen. So, jetzt ist hier aber das kleine Problem. Das ist gar nicht so einfach. Wenn ich es jetzt so mache. Boop. Warte. Äh, dann geht es nämlich vom Gewicht her ein bisschen runter. Also wie zu Hause sollen wir es überhaupt schaffen, da hinten hinzukommen? Es ist ganz einfach. Man muss einfach nur hoffen. Äh. Man muss einfach nur hoffen. Oder man ist schlau. Und tut ein Gegengewicht hin. Und das am besten super schnell. Oh, oder auch nicht. Oh, ja. Uh, das hat ein paar umgebracht. Das war Mord. Oh. Oh. Ich glaube wir haben es geschafft. Haben wir. Wir haben genug. Denn wir haben noch. Hm. Äh. Und. Uh. Easy. Wahoo. So. So. So, du darfst leben mein Freund. Oh. Oh. Da hat man schon gesehen. Gar nicht mal so einfach gewesen. Es war noch nicht ultra schwer. Aber es war um einiges schwerer als Welt 1. Oh. So. Oh. Oh. Die Musik hier bei der Overworld ist schon irgendwie. Oh. Oh. Fly away, little ones. Okay. Wo geht's denn hin? Multiterrain. Hover mobile. Mobil. Oh. 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 Drei mal. For miles around there were reports of a giant spinning wheel in the sky. Everyone is crazy but me. Design painter. Ganz deiner meinung. Oh. Wir müssen da runter. Hm. Und was sagst du? Somewhere on this island is a power source. And it generates electricity for the entire world. Lately its output has been less than satisfactory. Statistische, Statistische, Statistische. Es sieht aus, wie es morgen regnet wird. Der Schildpainter. Geht bitte nicht zu weit hoch. Ein anderer asch nach unten Mein Freund. Meine Freunde. Wir sind okay, okay. Nicht zu weit. Das ist nicht zu weit hoch. Wir dürfen dem nicht zulassen, dass uns weiter nach oben geht. Ich weiß nicht, ob er irgendwann mal stoppt. Aber ich werde es nicht versuchten, um ehrlich zu sein. Stopp. Ha 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 ha. und der bleibt sogar in der luft los jetzt haben wir alle müssen die noch drauf hallo du faulock was soll denn geht doch die wollen alle nicht arbeiten oder so es geht ja gar nicht ich glaube das ist so ein bisschen schwer nein ist nicht schwerer geworden ich bin einfach nur verrückt geworden oder so das ist natürlich auch sehr sehr wahrscheinlich so bewegt euch mal nicht da lang bitte hier lang jetzt aber die andere richtung ging es einfacher obwohl jetzt konzentration ich glaube das ist der mittelpunkt da wo diese komische pflanze ausgeht ja nächster versuch sehr gut gemacht schon wer du bist ein wahrer profi das riecht mann bitte ja es ist egal einfach noch unten so die balance die zähne leider nicht egal hier ihr dürft ihr bleibt da lieber in sicherheit aber ihr dürft trotzdem fliegen genau und damit haben wir schon geredet der fängt wieder an zu blinken wenn man das level geschafft hat warum auch immer wir gehen jetzt einfach mal weiter sie fliegen davon schön continue einfach runter in den kanal level blustery day hier kommen der windmills wind was immer oh je wir haben ein hektischer hier ey ey nicht weg kommt könnt ihr die werden alle vom wind nach rechts gehauen der windmills wäre supposed to be a source of cheap clean energy to power the entire world but they weren't enough and a different source of energy had to be found design painter oh je jetzt wird es aber gar nicht mal so easy oder hier bewegt sich bald nach rechts nee ist einfach zu fett ich will aber wie macht man das am besten das war jetzt wahrscheinlich sehr doof hier gibt es so ist stimmt ich kann diese schwarzen goose die kann man nicht dingsen darum es ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte idee hier runter zu bauen damit mehr wo es sich dran hängen können los komm kommt meine freunde komm zu mir viel zu das ist wahrscheinlich eine doof idee egal so kommt alle her habe ich jetzt der eine fehlt da will ich her dieser dreckige was auch immer das ist los macht den platz ist er jetzt dran geht er jetzt dran wenn ich so einen weg mache vielleicht ne der will halt nicht da hat kein bock ist nicht so schlimm den brauchen wir nicht der ist überbewertet eigentlich sollte sich das anders machen egal es wird so wahrscheinlich nicht funktionieren ich will es aber jetzt versuchen dann schauen wir mal das wird auf jeden fall ja gut so viel dazu gut gemacht schon wer es wohl zu fett gemacht ja ja red mit mir red mit mir bist ganz toller wie ich das jetzt machen soll keine ahnung ich lasse es einfach mal fliegen und dann ja wie kriegen das gar ah ich bin so dumm natürlich funktioniert das so nicht das ist nämlich nicht unsere aufgabe dieses schwarze zeug das bleibt ja unten kleben habe ich komplett vergessen dass die das so machen so unsere aufgabe ist sowas zu machen wir müssen aber aufpassen dass es nicht zu nah da dran geht weil sonst wird es ein bisschen äh und das machen wir so äh schauen wir mal wir kriegen wieder sehr besten hin nein bitte nicht stopp da hat es wohl ein paar erwischt traurig okay 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 moment zurück 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 ha gerettet hoppala gerettet okay okay ich tue den kurz wie hoch dass wir den gleich abziehen können wenn wir so machen oh man wenn ich jetzt so mache und so ich wollte jetzt keinen unterschied machen ja hei 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 ja schön tricky hier tricky nein bitte stopp oh nein nein shit die ganzen käfer alle weg oh ich tue okay wir brauchen nur balance ich weiß nicht ob die balance da ganz hinten überhaupt könnte mir ja mittlerweile schon welche weg machen um sie hier zu platzieren ich glaube das ist gar nicht mal so doof so dann müssen wir jetzt so ein hin machen zieht er nicht alles sofort ultra schnell runter und wir haben hier noch eine menge balance ich meine warum nicht benutzen können wir einfach hin tun wieso nicht so hier noch komm her mein freund und jetzt weiter nach rechts ganz deiner meinung so juhu nein so und bald sollte es wieder runter gehen wir dürfen auch nicht zu lassen wir müssen hier in der mitte sehr aufpassen es wird schon ganz schön doof enden das wird schwerer als da wird es so runter gehen aber wir brauchen hier genug platz da müssen wir die richtig platzieren jedes mal habe ich schiss dass irgendwas passiert wir haben noch ein paar von diesen käfer die dafür sorgen dass alles wunderbar toll ist und wir müssen das ja auch bald geschafft haben also das ist fett genug da unten geht ich so ein weg macht dann shit stopp wie diesen abgebendienst wie das nein so das lasse ich nicht zu wahrscheinlich weil sie hier rechts raus sind so dann machen wir das so wenn es anders nicht geht los das gewicht muss euch runterziehen geht hier so ein bisschen nach unten bitte nein es will nicht ah ich höre es es ist abgeflogen vielleicht muss ich ein bisschen mehr so machen jetzt jetzt ja geschafft oh 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 ja gerade so da ist noch ein der faule eine sack ist da noch wirklich auf den warten hm sollen wir auf den warten sollen wir auf den warten ich weiß es nicht wir dürfen ihn nicht zurücklassen oh ich glaube an dich ich glaube an dich viel spaß Ja. Eiskalter Killer. Schon wert. Keine extra. Jetzt. Bekommen. Aber ist nicht so schlimm. Es war es wert. Es kommt davon, wenn er so langsam ist. Wahrscheinlich war es so ein Opa oder Opa. Ein Gu. So ein ganz alter. Ein Gott nicht schneller. Der Böse. Schon wert. Bringt einfach alles um. Egal. Egal. Bitte wippe deine Füße. Natürlich. Immer doch. Bum, bum, bum. Oh. Jetzt geht's nach oben. Erstmal hier unten lösen. Es erlaubt nur METICULOUSLY SCREENED GOOBALLS auf die Hauptseite. Du kannst nicht zu vorsichtig sein. Besonders, da die Power-Source für die ganze Welt ist irgendwo auf dieser Seite. Aber. Try not to snap the fragile worker cable. It appears to be made from heavily processed goo. The Free Sign Painter. Und. Diese sollten sich für die legale akzeptabel Spaß und Re-Kreation. Nicht für Sicherheitssysteme. Es ist für unser eigenes Gut. Design Painter. Okay. Okay. Wenn du meinst. Freedom Scraper 3000. Hoch. Wo kommt der her? Ach, hier dann hoch. Okay, ich verstehe. Ja gut. Erstmal. Security umgehen. Ich hab gehört, so was macht man hier gerne. Hier muss man aufpassen. Oh je. Wie macht man das? Kann man hier vielleicht irgendwie. Wir wollen da ja nicht runter, also passt es eigentlich. Mhmhmhmhmm Hmhm So. Komm schon. Mein Freund. Kommt mit mir. Kommt mitivier. Allesamt. Meine Kuhfreunde. Ja gut, zu spät. Dann halt jetzt so. Wir dürfen uns aber nicht kaputt machen. Da uns sind noch ein paar. Ist zu spät. Zu spät. Nicht so schlimm. Klappt es? Komm schon. Alle hier rüber. Ja. 36 Stück brauchen wir. Ich weiß nicht, ob das genug sind. Ein secret Disposal hole. Down this way. Es ist gut, um zu spät. Unwanted Visitor. The Visiting Sign Painter. Huh. Oh. Ah, hier kommen die jetzt alle her. Die sind doch mitgekommen irgendwie. Und dann... Oh. Ach so, die gehen dann hier lang wieder. Ich verstehe. Aber dann können wir doch jetzt... Sonst noch ein paar mitnehmen? Ja. Natürlich können wir das. Hm. Nominal. Du du du. Du du du. Du du du. Ähm. Luft verloren brauchen wir nicht. Wir brauchen schon auf welche. Um ehrlich zu sein. Aber egal. Äh. Äh. Ok. Das hat gut sein erstmal. Hoffe ich. So. So, damit mehr mit können. Und jetzt brauchen wir nur noch ein paar Ballons. Und einfach so schummeln. Äh gut, schummeln nicht unbedingt. Hab ich es zu schwer gemacht? Es wäre möglich. Egal, holen wir ein paar Ballons. Bin ich kaputt? Geh Ballon. So. Äh, wenn wir all die Ballons haben, ist eigentlich alles okay, würde ich sagen. Hoffe ich. Okay, es reicht auch jetzt schon. Ja, easy. Komm schon. Das müssen mindestens, ja, das sind um einiges mehr. Easy peasy. Wupp. Und blupp. So. Schau euch an, was für Profi ich bin. Ja gut, ich habe es auch schon mal durchgespielt. World of Coup Corporation. So, wir haben alles schon gelernt. Hier gibt es irgendwo eine Stromquelle, wo Strom erzeugt wird. Weil die Windenergie nicht gereicht hat. Oder nachhaltbare Energien. Schlimm, schlimm. Beauty School. Oh nee. Was? Warum? Es ist Zeit, zu arbeiten. Müssen wir jetzt arbeiten? Bitte nicht. Oh mein Gott. Das ist ein Beauty-Goo. Of all the Goo and of all the Balls. Who's the prettiest of them all? Designpainter. Ja, wahrscheinlich nicht. Der Beauty-Goo. Oh, ha. Nein. Eine rolle Pfeife. Sie scheint sehr exklusiv zu sein. Nur bestimmte Typen von Goo. Erlaubt. 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 Designpainter. Ah, nein. Was für ein Goo wird das wohl sein? Wer hätte es denn? Wer erwartet es denn? Ja, ich glaube, das ist eher... ...popelstorik. Geduld hier. Ich will aber die Ballons haben. So. Wir kriegen den... ...Rest auch mal mit. Hier. Wuh, wuh. So. Und weg damit. Uah. So. Und hier kann wahrscheinlich nur der Rote go rein. Hier. Jupp. Wer soll das denn? Warum nur der Rote? Egal. Dann müssen wir halt die arme anderen zurücklassen. Sie opfern sich für das wohl. Der Menge. Ja, das war ein sehr einfaches Level. Das ist einfach nur ein. Oh. Oh, okay. Uah. What the fuck? Hm. Bedeutet das jetzt, dass die so Cutie-Boo-Goo? Beauty-Goo? Die Creme war, oder was? Leaphole und vulkanisch percolator day spa und spa. Schnell hin. Bubble up. Ganz normal. Everyone is welcome. They are legally obligated to say. But she will never get down there looking like this. There's another pipe way up there she might enjoy. The signpainter. It's a very pretty flower. I wonder what happens if you get a little closer. The signpainter. Okay. Huch, hier kommen ja eine Menge Schleim. This pipe sure is sucking. It's probably best to stay away. Don't forget to whistle. The signpainter. Painter. Warum, warum pfeifen? Was willst du mir sagen? Was willst du mir sagen? Hier kann ich wahrscheinlich nicht so runter runter. Ich könnte wahrscheinlich schon, aber sie nicht. Unsere Aufgabe ist es nämlich jetzt sowas zu machen. Ui. Ziemlich weit hochgesprungen. Das war nicht geplant. Aber wir könnten das noch ausnutzen. Dass die so hoch springen kann. Hui. Du kannst aber hoch springen. Ein richtiges Naturtalent. Das ist ein bisschen doof jetzt. Wir müssen hier natürlich dafür aufpassen, dass... Damit hier wenigstens das Platz ist für diesen... Ball. Was passiert, wenn wir... Ich will es irgendwie testen. Die da rüberschießen, falls es geht. Oh, aah. Komm schon. Nein. Anscheinend passiert nichts, wenn wir so berührt. Nee. Was soll das? Was macht's hier? Was machen die da unten hier? Die dreckigen, faulen Rege. Ich wollte euch nicht dreckig nennen. Sorry. Doom. 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 Die Musik ist ganz chillig. Nicht so wie diese verrückte Musik da vorne. Na ja, haben wir diese verrückte Musik.